Musik 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 Das alles bestätigen Also das alles losgeht wenn alle Geister vorausgeführt haben Musik Yeah Sie haben gewonnen Jetzt muss ich mir mal gucken was haben wir denn noch? Musik Das brauchen wir noch an Zeug Eigentlich nichts mehr oder? Nee Also was man noch mitnehmen Könnte oder kaufen könnte Wäre glaube ich so ein Audio Sensor Glaube ich Aber Ja Jetzt kommt das Richtige Da wollen wir mal ein bisschen Action hier machen Das Geräusch war sehr merkwürdig Ist mir ordentlich Techno Ja Maxi Hä Ja So Danny Ja Starten Oh nein Nicht Farmhouse Ich hab Angst Doch nur für Markus Los Und Ich hab Fotoapparat Hier ist noch Also eine UV-Lampe Denkt bitte an eine UV-Lampe Ich hab hier einen Biebser Und eine Sprechbox Also eine Taschenlampe solltet ihr auch mitnehmen Wäre gar nicht mal so schlecht Ja Hat jemand das UV-Ding mit? Ich nicht Kannst du mir nochmal sagen wie die Olle hieß? Marge White White Marge 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 Ich weiß nicht mehr, wo ich rumlaufe. Ich bin gerade noch durch. Oh, ich hab's knortscheln gehört. Aber sprechen tut sie trotzdem nicht mit mir. Sieht man ja nicht. Ich probier mal den ja. Wisst ihr, was das lustige ist? Wenn man euch so leicht rumtödeln hört. Seid ihr oben? Wo seid ihr denn? Ich seh hier nix. Frau, die Taschenlampe. Ich glaube, die sind schon alle tot. Sind wir doch der einzige Übriger. Wo? Wo, Maxi? Hier. Hier. Okay, klasse. Danke. Oh, jetzt hat er da Licht angemacht. Kann ich mal hier hochgehen. Na, 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 na. Hallo? Ähm, Maxi ist wo ganz anders, Leute. Der Maxi ist doch bei uns oder nicht? Nein, das ist Kai, du Kackesel. Woher soll ich das denn wissen? Margeräte White, bist du hier? Hallo, walkie talkie. Achso. Margeräte White, gib mir ein Zeichen. Bist du im ersten Stock oder nicht? Ja. Margeräte White, bist du auf dem Dachweg? Ja, der ist im Erdgeschoss. Ja, der ist im Erdgeschoss. Maxi ist im Erdgeschoss und da ist der Geist. Jetzt kommt er hin, ihr Spackhoes, Alter. Ich seh ja nischt. Ja, das soll alles scheiß Walkie benutzen. Ich kann nix sehen. Hallo, 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 hallo. Hallo? Ja, ich war das. Kann ich... Kann ich meine abholen? Ich seh hier oben echt nix. Hallo. Hallo. Oh, geil. Komm mal weg. Weg. Ja, ich glaub der ist da hinten irgendwo drin. Kann mich einer hier raus holen? Den mach ich mal nicht an. Lieber. Oh, oh. 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 Ich mach Licht aus. Mach Licht aus. Mach Licht aus. Mach Licht aus. Jetzt stehen wir alle hier. Warum stehen wir jetzt hier? Warte, warte. Warte, warte. Holt mich hier raus. Hey, lass mal den nicht töten. Danny, wo bist du? Bist du blöd? Ich hab keine Taschen haben, weil ich hab mich verlaufen. Holt mich hier raus. Ich bin in irgendeinem Zimmer. Warum geht man... Ja, komm gleich. Ich bin oben. Der hat irgendwie erst nen Stock oder so. Und hier müsste mal einer rausholen. Du bist einfach dumm. Habt ihr irgendwas, Jungs? Keine Ops in dem Blickwinkel auf jeden Fall. Ja, aber ich bin ernsthaft. Das ist so gut, ich komm nicht raus. Scheiße. Das ist so gut. Hilfe. Help me. Kann mich wirklich mal einer holen, bitte. Ey, wie platziert man das Ding denn auf dem... Gehe. Einfach drop. Oder die Kamera auf dem Stativ. Ich glaub, ich hab nen Weg gefunden. So? Ha! Ich hab's gefunden! Ich bin unten! Ey, ich weiß nicht wie man das setzt. Wo seid ihr? Hier? Hier sind die 1 Komma... Oh! Minus gerade! Minus gerade! Minus gerade! Oh mein Gott! Hallo? Ist da was? Da war der Geist! Werden die letzten noch? Raus hier! Ich hab mich hier oben verlaufen und du gehst. Ich wusste, dass wir hier klarkommen. Was? Ich bin selbst für den Geist und ordentlich. Da will mich gar nicht. Alter! Habt ihr ein Bild gerade? Ich höre eine Sonne! Ohhhh! Und ich... Oh Gott! Tika! Ey, ist Kai tot? Jetzt lass ich dieses Ding klingen und jetzt spreche ich mit dem mal. Eieieieiei! Jetzt brauchen wir eine Dase. Yikes! Ist denn jetzt wieder aufgetaubt? Ich bin da! Und die ist wenigstens... Hallo! Wir haben wenigstens das Geist-Revent abgeschlossen. Ja! Ja! Was haben wir denn schon alles zusammengetragen? Noch gar nichts! Haben wir schon irgendwas? Ja! Minus gerade haben wir! Doch! Gefriert-Temperaturen haben wir! Ja! Ja! Hab ich doch gerade gesagt! Hattet ihr schon Kontakt? Ja! Der stand neben uns! Das war kein Schatten, Alter! Sondern das war so eine alte Hure mit so einem... Wie heißt das? Habt ihr Piraten? Weil so ein Piraten... So ein... So ein... So ein Piratenhaken, Alter! Oder? Maxi? Ich hab nicht drauf... Ich hab nur geschrien und dann... Bin ich verklaucht! Alter, du bist so männlich, Junge! Das war ein... Ich mich daran denke, dass du mein Land verteidigst, Alter! Dann sind wir verloren! Ey, sowas kippt mir auch nicht! Ne, was hatten wir noch als drittes? Ich hab jetzt Gefrier-Temperaturen und Geister-Orb! Ey, wir haben doch keine Geister-Orbs, weil Achmed... Achso... Was haben wir denn jetzt alles? Nur Gefrier-Temperatur! Ja... Haben wir Geister-Box schon gehabt? Ne... Jetzt hab ich was gerade machen und dann kam... kam das Vieh... Und los! Ja, hat funktioniert scheinbar! Null! Also Geister-Box hat geklappt, ja! Äh... Margaret White! Margaret White! Ich probiere... Wir können eigentlich da der Kinden rein gehen! Wir können eigentlich da der Kinden rein gehen! Moaa... Okay... Hat die was gegen äh... Gruppenrudeln oder? Ne... Ist das scheißegal! Ja... So gut erstanden! Alles ist weiter weg! Okay... Angenehm... EMS 5! EMS 5! EMS 5! EMS 5! Hat jemand einen Kruzifix dabei? Ich hab dabei! Nö... Ich hab nur noch Geister-Box... Das ist ja schon anders! Ja dann... Danny geh mal einen Kruzifix holen! Okay... Warte... Ich lass mal das Ding hier liegen! Ey... Markus? Ja? Da müssen wir eigentlich nicht hier rauslaufen... Sondern... Ich bin dafür, dass... Weil die... Weil die... Weil die die Tür zugemacht hat! Ich hab's versucht! Aber die Tür war zu! Ja... Ja... Da ist es! So... Ich komme! Seid ihr wieder da hinten? Lebt noch einer? Ja... Komm jetzt! Der hat aber nichts gesagt! Indie-Geister-Box! Hab ich gar nicht gehört! Kennen Sie mit vielen? Ja? Ja? Ja... Ich hab dich nicht gehört gerade! Achso... Oder weil ich draußen stand? Hier genau an der Stelle! Hier! Soll ich's mal fallen lassen? Haben wir ein Foto von der? Nein! Magst du nicht... Margarete White! Bist du anwesend? Oh... Alter! Wo ist sie? Wiss ich nicht! Margarete! Margarete White! Schreib ins Buch! Du Luder! Hier genau ist sie! Hier genau ist sie gewesen! Hier genau ist sie gewesen! Margarete White! Gib mir ein Zeichen! Hast du... Hast du das Kruzifix hingelegt? Hier liegt's! Hier vorne! Ja, da ist Scheiße! Obwohl... Ne, da ist richtig! Margarete! Margarete White! Ah! Die ist vor mir! Da war der Schatten! Hier war der Schatten! Genau wo ich stehe! Wo war der Schatten? Die hat ne Sichel, Alter! Ja, hier! Hier! Margarete! Hier ist... Margarete White! Weiche von uns! Wir räuchern dich aus! Tu mal diesen Schwung kurz die Fickse weg! Die sponsorst du nicht! Soll er ja auch nicht! Was ist jetzt hier? Doch, Alter! Ich brauche ein Foto! Soll ich's wegnehmen? Margarete! Hier! Ich nehm's dir! Schatzi! Schenk mir ein Foto! Soll ich nehm's dir weg Kai! Margarete White! Sie ist Margarete White! Sie ist Margarete White! Margarete White! Margarete White! Oh mein Gott! Hilfe! Scheiße! Denny ist tot! Nein, ist er nicht! Margarete! Margarete! Ich geh in den Schrank! Er legt mich! Er im F5! Sag mir, wenn die Tür wieder aufgeht! Hast du die erwischt? Nein! Ey! Ist das Kruzifix weg? Ist das Kruzifix weg? Ja! Das liegt draußen vor der Tür! Auf Kais Wunsch! Margarete! Ist die Tür wieder... Kann man wieder raus? Ja, kann man! Ich steh die ganze Zeit draußen! Die Tür war grad zu! Da hab ich mich in den Spind verzogen! Ja, ja! Die Margarete White ist schon ne ganz schöne alte Fützschmer! Schade, dass ich keine Kamera hatte! Ich hab's halt unten nicht gesehen! Geil, warum hältst du das so mal an die Decke? Ja, das mit dem Kruzifix hat nicht funktioniert! Wir müssen aber kein Foto machen! Ja, aber das gibt ja extra Kohlen! Ja, okay! Und wir haben was für unsere Sammlung! Oh! Hand! Ab in den Spind! Tschüss! Okay, ich bin tot! Hallo! Ist jemand gestorben? Ich kann nicht reden! Ich hab keine Kamera, hat einer von euch noch eine Cam? Kai liegt gleich am Amateurrahmen, das krieg ich mal hin. Ich bin nämlich relativ, also die war nämlich auch bei mir, ich hab sie nämlich keuchen gehört, die stand nämlich genau vorn Spind, die Alte. Maxi macht ein Foto. Macht er irgendwie ein Foto von Kai? Ja, Maxi hat glaube ich mit der Kamera schon helfen. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben eigentlich alles, oder? Gefriertemperatur haben wir ja. EMF5 und Gefriertemperatur. Achso. Ne, es sind nur zwei. Ja, haben wir aber schon beim ersten. Hast recht. Was? Wie, wir haben die nicht alle. Geisterbuch? Steht da was drin? Nein? Also Geisterbuch ist auch noch leer? Ne, Geisterbuch ist es nicht. Ich checke eben kurz noch Fingerabdrücken. Ich hole kurz die UV-Lampe. Oder hat die jemand von euch? Na, ich nicht. Ja, ich gehe kurz. Ach und nehm mal Sanity Pillen oder so. Ich hatte vorhin schon eine genommen, weil ich auf dem Dachboden festsaß. Da war ich schon ziemlich niedrig. Ja, aber die UV-Lampe liegt hier nicht. Kai hatte sie nicht, oder? Ne, warte mal. Du kannst doch das lila Licht nehmen, das soll ja auch gehen. Jenny, hast du die UV-Lampe, Al? So. Hier, nimm das hier. Das Licht hier, das geht auf. Das hat auch den Effekt. Ja, dann bin ich. Hier unten ist doch was, oder? Ne, das ist ein normaler Zerstörer. Hat Kai das UV-Ding? Na ja, ich habe nur normale. Kann sein, dass Kai das war. Wie viele habe ich denn noch? Die U36. Hier lag gerade eine UV-Lampe, oder? Kai hat gerade bei Steam geschrieben, UV-Lampe liegt in der Nähe der Treppe. Ach so, okay. Hat er da runtergeschmissen. Aber Kai ist tot, der kann nicht erheben. Warte, das ist ja dann hier vorne. Ich guck mal, ja? So, ich treppe da rein. So, ich treppe da rein. So, ich treppe da rein. So, ich treffe da rein. Jetzt ist es nicht. Noch mal Licht aus. Gehen wir aber auch noch besser. Wir müssen meistens an Lichtschaltern oder Türen. Guck mal hier an der Tür, ist da was? Genau in der Mitte der Tür, nicht an der Tür, ist aber auch nichts. Sind wir doof? Kai ist tot, richtig erkannt. Ja, aber da klebt halt nichts dran. Markgeräte White, schreib uns ins Buch. Also Geisterbuch ist es auf jeden Fall nicht. Gefriertemperaturen, also Geisterbox, ich glaube es müsste eigentlich die Geisterbox sein. Es sei denn vielleicht nochmal. Ah, da gibt es ja keinen Geist. Gibt es nicht. Ja genau. Also Fingerabdrücke. Geisterbuch kann es aber auch nicht sein, da gibt es nämlich auch keinen Geist mit dieser Kombination. Geisterorb würde gehen, wenn noch ein Orb und dann haben wir den Phantom. Phantom, oder? Mensch. Warum kann ich... Kann jemand von euch die Kamera auf... Was ist von der Kamera? Dass die Kamera in den... Kann jemand die Kamera umstellen, dass sie in den Raum reinguckt, also zur Tür? Weil... Weil ich kann das... Kann die irgendwie nicht aufheben. Wohin? So, ja, ja. Ja, dass sie zur Tür guckt, hier die Schränke bei Kai, dass du das im Blick hast. Weil wenn es die Geister... wenn es die Geister-Obs auch nicht sind... Döö. Falsch. Ja. Ich hab doch keine Ahnung zu der Ahnung. Lass mal abpatzen und gucken. Wie kann man denn so kernweichen da sein, Alter? Achso, hat jemand das Licht ausgemacht so? Ich hab's Licht ausgemacht. Ich hab dran gedacht. Na gut, dann ist... Das geht gut, der Junge. Ey, die Wurst, die sieht fast aus wie ein Bebis. Ich bin aber auch keine Orbs, nix. Ey, du, Maxi, ich muss dir mal was erzählen. Es gibt ja ziemlich viele Berichte mit baronormalen Aktivitäten, von Militär und solche Sachen. Bist du sicher, dass du... Es sind keine... keine... keine Orbs, Alter. Keine Fingerabdrück, keine Orbs. Ich glaub langsam, dass es die Geister-Box ist. Und dass die Geister-Box einfach nicht funktioniert hat, weil irgendwer wieder nicht erkannt wurde. Könnte sein. Mehr haben wir nicht, ne? Warte mal. Habt ihr grad gesehen? Die Spintür hat sich bewegt. Warte. Döö. Doch, wirklich jetzt. Hab ich aber nicht gesehen. Weil ich grad da drauf gucke, und da ist ja mein Cursor. Und das hat sich bewegt, ein Stück. Bringt uns aber auch bloß nix. Geister-Box kann das aber nicht. Geister-Box ist ja... Ne, stimmt, das ist gar nix. Und ich hab ja ganze Zeit rumgeblickt. Und es... kam ja nix. Also Fingerabdrücke könnten es noch sein und Orbs, ne? Benji oder Dings? Lesen wir mal ein Buch, was steht denn da? Ähm... Benji, 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 Benji. Benji ist ein Jäger und wird alles attackieren und ist... Okay. Will uns ja töten. Der Bruder hat Lichtern gemacht. Ja, das passt aber. Na gut, ich warte, ne. Benji kann es ja theoretisch gesehen nicht sein. Ein Benji wird jeweils nur eine Person jagen. Bedeutet das jetzt, ist eine zweite Person drinnen, jagt er nicht? Oder heißt das einfach, er killt nur Maximum ein? Er killt wahrscheinlich nur einen ab. Ja, genau. Und er war mit dem Gugzi-Fix weniger, ähm, na, aggressiv. Ja, dann locken wir jetzt Benji. Gefrier-Temperatur und Fingerabdrücke. Dann locken wir jetzt einfach Benji ein. Ich weiß nicht, ob Kai auch noch, äh, ab... das festlegen kann. Er hat's jetzt... Naja, Kai hat's ja halt gesehen. Er wollte von ihr ge... Naja... Komm, Abfahrt! Ich wollte... Ich dachte... Wir haben genug Spiele. Bin ich gespannt. Hallo Kai. Das war falsch. 50-50. Hallo. Hey Kai. Einmal Julianne mit dem Zahn. Vielen Dank.